Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte im Viertelfinale des DFB-Pokals. Er führt der Brennstoffzelle mehr Luft und damit Sauerstoff zu. Zweitig sind vor allem noch die Gesundheits- und die Arbeitsmarktpolitik. Das, äh, die Z... ...ein Auto, die Autohersteller sagen, wir haben keine Tankstellen. Und wir haben gesagt, wir stellen... ...deutschland geben. Dann ist das immer noch wenig im Vergleich zu 14.000 Bestandstankstellen, die normales Benzin und Diesel verkaufen. Aber mit 100 Tankstellen kann ich mich schon innerhalb Deutschlands vergleichsweise... ...ein Autohersteller beobachten. ...ein Autohersteller... ...ein Autohersteller... ...ein Autohersteller... Das ist BFBS. Dann ist den Strom sofort dort zu verbrauchen, wo er erzeugt wird. Das ist die Theorie. Die Praxis sieht anders aus, wie wir das nun mal wissen. Sekretär im Bundesfamilienministerium gibt... Sekretär im Bundesfamilienministerium gibt... Ich fühle mich leer und die Nacht liegt schwer. So schwer auf meinen Schultern... ...lack nicht mehr ab. ...im WhatsApp-Chat einer Schulklasse. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Abstrack Expressionism Tabellen ein. Und das ist wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020